Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Kinder im Netz schützen. Ein absolutes Herzensthema von mir. Ich freue mich riesig, dass ich heute eine Expertin zu Gast habe. Bevor ich euch diese Expertin gleich vorstelle, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass es aktuell zwei neue Webinare für 0 Euro für euch gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes, wie immer. Und zwar ist es einmal das Webinar für 0 Euro zum Thema Gefühlsstarke und hochsensible Kinder begleiten. Und einmal gibt es ein Webinar für alle pädagogischen Fachkräfte für 0 Euro zum Thema Bedürfnisorientierung in Gruppen. Ihr wisst ja, ich habe einen großen Fachkräftekurs und mir liegt viel daran, dass alle pädagogischen Fachkräfte gerne auch erstmal diese sieben Tipps, die ich für euch eingesprochen habe, in dem Kurzwebinar kennenlernen, um dann vielleicht auch noch einen weiteren Einblick in meinen Fachkräftekurs zu bekommen. Und wenn du selber als Elternteil gerade zuhörst, ich möchte dich einladen, Initiative zu ergreifen für mehr Bedürfnisorientierung in Kitas und in Schulen. Das heißt, du kannst dich gerne bei mir melden, wenn es eine Kita gibt oder eine Schule gibt, in der du dir mehr Bedürfnisorientierung wünschst. Und dann versuchen wir, die Schulleitung oder die Einrichtungsleitung anzuschreiben und denen den bedürfnisorientierten Fachkräftekurs vorzustellen. Also wende dich gerne an uns und bring dich ein für mehr bedingungslose Liebe in Einrichtungen und Schulen. Jetzt geht's los. Liebe Hanna Lichtentheler vom Kinderschutzbund, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute dein Wissen, deine Expertise mit uns heilst, auch von der politischen Seite mit mir über das Thema Schutz im Netz für Kinder sprichst. Und Liebe Hanna, vielleicht magst du dich einfach mal kurz mit deiner Expertise vorstellen. Ja, erst mal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute über mein Herzensthema Kinderschutz im Netz zu sprechen. Guten Tag, mein Name ist Hanna Lichtentheler und ich arbeite als Referentin für Medien und Digitales beim Kinderschutzbund Bundesverband hier in Berlin. Und zu meinen Schwerpunkten in der Arbeit zählt halt das Thema Kinderschutz im Netz, wie ja auch der Name Kinderschutzbund schon sagt, und eben vor allem auch die digitalen Kinderrechte. Und da setze ich mich auch mit Themen von digitaler Gewalt, verschiedenen Formen, die es halt gegen Kinder im Netz so gibt. Oder eben den Rechten, wenn es um Kinderbilder im Netz geht. Also das Thema InfluencerInnen beschäftigt mich gerade relativ viel oder auch die Bilder von Kindern im Netz. Und genau, wie wir das alles aus einer kinderrechtlichen Perspektive betrachten, um unsere Kinder bestmöglich zu schützen, aber ihnen auch Teilhabe und Fähigung zu ermöglichen. Genau. Auch so wertvoll, dass du dich damit so stark beschäftigst, dich dafür einsetzt, auch der Kinderschutzbund sich dafür so extrem einsetzt. Für mich wäre nochmal wichtig, dass wir gleich am Anfang einmal dieses Thema digitale Gewalt definieren. Vielleicht kannst du uns da gleich mal helfen. Tja, das ist auf jeden Fall keine so leichte Aufgabe, weil da gibt es noch gar nicht so einheitliche Definitionen. Grundsätzlich gibt es eben verschiedene Formen der Gewalt, die passieren im sogenannten analogen Raum und digitalen. Und heutzutage kann man eigentlich kaum noch davon sprechen, dass Gewalt gegen Kinder nicht auch eine, also hat auch immer eine digitale Komponente, oder sagen wir das eher so. Und dann gibt es eben spezifische Formen, die vor allem im digitalen Raum passieren. Das fängt bei Cybermobbing an, was vor allem ein Thema ist, das vor allem Schulkinder ja betrifft. Und dann gibt es auch Formen der sexualisierten, bildbasierten Gewalt gegen Kinder im Netz. Da fällt zum Beispiel auch das Cybergrooming, also das Anbahnen durch Erwachsene an Minderjährige mit der Absicht sexueller Kontakt oder sexueller Ausweitung darunter. Dann gibt es aber auch andere Formen, wie Identitätsdiebstahl, Hacking, Stalking. Kannst du den Identitätsbereich noch mal erklären? Ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, dass wenn Daten von den Kindern im Netz existieren, also persönliche Daten wie Name, Wohnort, wie auch immer, und eben Bilder, dass dort auch sehr leicht Menschen sich diese aneignen können und unter diesen Daten eben die Identität für andere Zwecke missbrauchen können. Ich würde es mal so allgemein sagen. Genau, also Identitätsdiebstahl ist ein sehr großes Thema. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, dass wir überhaupt darüber bewusst sind, dass sowas passiert. Ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst, dass eben gerade im Netz hinter bestimmten Namen eine ganz andere Person stehen kann. Genau, und jedenfalls, um nochmal zurückzukommen zu der Frage digitaler Gewalt, KI und Algorithmen sind ja in allen Lebensbereichen relevant und leider eben auch in dem Bereich, wenn es um Gewalt geht. Da gibt es zunehmend sogenannte Deepfakes und Deepnudes, wenn zum Beispiel künstliche Intelligenz, also Programme, Software, eben Bilder, gefälschte Bilder erstellt von Kindern. Das können entweder dann welche sein, die ein Bild verändern oder eben basierend auf einer Texteingabe neue Bilder erstellen. Und diese können eben auch sexualisierte Gewalt gegen Kinder zum Beispiel darstellen. Und da ist natürlich so, je mehr Daten im Internet existieren, also je mehr Kinderbilder, desto mehr Futter gibt es natürlich für diese künstliche Intelligenz zum Lernen. Also die KIs lernen ja basierend auf Daten, die irgendwo existieren oder mit der sie gefüttert werden. Der Missbrauch steigt dann darüber an, je mehr Fotos auch zur Verfügung stehen, je mehr Daten von den Kindern im Netz zu finden sind. Ja, also ich würde es nicht so pauschal genauso unterschreiben, aber es ist natürlich so, dass je mehr Daten verfügbar sind im Netz und Zugang dazu besteht, desto mehr können diese Daten auch missbraucht werden, zum Beispiel eben um KI damit anzulernen, zu trainieren, bestimmte Bilder zu erstellen. Also wir können uns einfach mal vorstellen, Eltern teilen gerne Bilder von Kindern am Strand, weil schöne Urlaubserinnerungen, ich meine, ich mache auch gerne Fotos und dann klebe ich mir die in mein Fotoalbum oder heutzutage natürlich nicht mehr einkleben. Viele teilen das dann auch mit ihren Kontakten, vielleicht auch öffentlich auf ihrem Instagram-Account oder so. Und das sind dann Bilder, die sind frei im Netz verfügbar. Die sind erstmal natürlich an sich keine problematischen Bilder, können aber aus dem Kontext genommen problematisch verwendet werden. und wenn diese dann zum Beispiel einer KI gegeben werden, dann lernt die KI, okay, so sehen Kinder Bilder am Strand aus und dann könnte man, wenn man ein neues Bild erstellen wollen, würde sagen, okay, erstell mir ein Bild von einem Kind am Strand in Badehose oder so. Und genau, das sind dann halt, mittlerweile werden diese Bilder relativ, ja, relativ getreu, können die die schon herstellen, diese Software, die es da zur Verfügung gibt. Da gibt es ja kostenfreie und kostenpflichtige. Genau, und das stellt zunehmend auch ein Problem dar. Okay, und was wird mit den Bildern dann gemacht? Lass uns gerne konkret darüber sprechen, welche schlimmen Auswirkungen es theoretisch haben könnte. Also die Bilder werden erstellt. Also das betrifft natürlich, was mit Bildern passieren kann, betrifft nicht nur die KI erzeugten Bilder, sondern ganz allgemein Kinderbilder im Netz landen auch in pädokriminellen Darknet-Foren oder auch nicht nur im Darknet. Es gibt ja verschiedene Tauschbörsen im Internet von sexualisierten Gewaltdarstellungen gegen Kinder. Und da gibt es aber eben auch, man spricht davon mittlerweile in verschiedenen Statistiken, dass etwa ein Viertel der Bilder, die in pädokriminellen Darknet-Foren kursieren, aus sozialen Medien wie Facebook und Instagram stammen. Und das sind ganz normale Bilder, die eben von Privatpersonen dort geteilt werden. Auch ganz normal gekleidete Kinder. Und dann werden die beispielsweise sexuell explizit kommentiert oder geratet in solchen Foren oder eben in einen sexualisierten Kontext gestellt. Das sind alles Dinge, die mittlerweile auch sehr bekannt sind, was mit diesen Bildern eben dann passieren kann. Okay, ich danke dir sehr dafür, deine Offenheit, weil ich glaube, diese Auswirkungen zu kennen, hilft vielen Eltern einzuschätzen, wie sie mit den Bildern ihrer Kinder umgehen möchten. Weil gleich vorab, wir tauchen ja noch ganz tief jetzt in das Thema ein, in dieser Podcast-Folge legen wir ganz viel Wert darauf, niemanden zu verurteilen dafür, wie er selber mit diesen Daten umgeht, sondern wir möchten Aufklärung betreiben. Und also das betrifft zum Beispiel jetzt auch das Thema InfluencerInnen, die vielleicht ihre Kinder teilen. Uns liegt einfach viel daran, dass jedes Elternteil dieses Bewusstsein mitbekommt durch diese Folge. Genau, und dass es um Beurteilung geht. Liebe Hanna, du hast es gerade schon angesprochen, dass deswegen eigentlich schon Babys und Kleinkinder extrem im Netz geschützt werden müssen. In dem Fall ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich ganz achtsam mit Fotos von Babys und Kleinkindern umgehen. Im Netz gibt es noch etwas, was Eltern tun können, um ihre Babys und Kleinkinder zu schützen. Genau, also ich würde hier an dieser Stelle einfach gern schon mal, bevor das erst viel später kommt, sagen, dass wir hier natürlich immer von dem Kinderschutzaspekt sprechen. Aber genau gleichwertig ist eben auch das Kinderrecht. Alle Kinder haben ab der Geburt Rechte auch im Netz. Ja. Nämlich das Recht am eigenen Bild, auf Privatsphäre, auf Intimsphäre. Und das ist natürlich für Kinder, die das noch gar nicht selber entscheiden können, die Rolle der Eltern, die sie da übernehmen. Und je jünger die Kinder, desto größer ist natürlich die Rolle der Eltern in den Entscheidungen für die Kinder. Von daher, was können Eltern tun, um die Kinder bestmöglich zu schützen und ihre Rechte zu wahren und dass sie diese Rechte auch ausüben können? Ich würde, glaube ich, als allererstes sagen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, das mit jedem Foto des Eltern im Internet teilen. Das kann auch ein Bild über WhatsApp zu teilen bedeuten, weil auch WhatsApp gehört ja zum Meta-Konzern, wo Facebook und Instagram zugehören oder über andere Messenger. Das ist ja alles das digitale Teilen der Bilder. Und das kann eben im Öffentlichen oder im Privaten passieren. Und da ist bei ganz vielen Menschen mittlerweile, und da gibt es auch Studien, die das ganz gut abbilden. Ich weiß gerade die Zahlen nicht, wie hoch, aber sie sind sehr hoch, dass eben der digitale Fußabdruckabgeburt für die meisten Kinder heutzutage schon vorweggenommen wird. Und eigentlich ist ja das Recht der Kinder, auch diesen selber gestalten zu können. Und da ist es einfach besonders wichtig, dass Eltern sich bewusst sind, wenn sie Kinderbilder oder Fotos von den Kindern machen, was ja ein ganz natürliches Bedürfnis ist. Also jede Person möchte ja Erinnerungen auch festhalten in Bildern. Das ist auch schon in der analogen Fotografie so gewesen, für die Familienalben. Für Kinder ist es ja auch schön, sich später einmal Fotos von sich ansehen zu können. Dennoch, die Verantwortung, was dann mit den Bildern geschieht, ist natürlich eine ganz große. Und wenn halt Kinder schon, ich sag mal, vom Kreißsaal an ja im Internet landen, dann haben die Eltern da natürlich schon ab Tag eins diesen digitalen Fußabdruck dem Kind vorweggenommen. Und da muss man eben gucken, wie gehen denn Eltern da mit dieser Verantwortung um? Ja, also vielleicht erst mal so. Und da ist eben ganz viel Aufklärung, Bewusstseinsmachung wichtig. Ich glaube, viele Eltern, vor allem diejenigen, die eben privat die digitalen Medien nutzen, denen ist vielleicht gar nicht so bewusst. Was heißt das denn eigentlich? Welche Nutzungsbedingungen, welchen Nutzungsbedingungen stimme ich da eigentlich zu, wenn ich in der und der App Bilder auch privat einfach nur teile? Und wichtig ist auch, dass viele vielleicht noch gar nicht wissen, welche digitalen Kinderrechte es eigentlich so gibt. Und deshalb ist es eben so eine wichtige Aufgabe, darüber mehr aufzuklären, welche Rechte eben auch Kinder haben. Dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, ganz viele Eltern teilen einfach, weil sie mit den Großeltern die Bilder teilen wollen, mit der Tante. Das ist ja auch verständlich, dieses Bedürfnis. Das ist, glaube ich, sehr spannend, jetzt für alle, die zuhören, zu wissen, dass selbst WhatsApp eigentlich nicht sicher ist. Habe ich das richtig verstanden? Also, dass es passieren kann, dass über WhatsApp Bilder ins Netz gelangen? Naja, also WhatsApp hat schon eine End-zu-End-Verschlüsselung. Erstmal in der direkten Eins-zu-eins-Kommunikation ist diese Kommunikation schon verschlüsselt. Dennoch landen natürlich die Daten, die man mit dieser App dann teilt, auf den Servern, die in den USA von Meta sind. Das ist, also ich sage mal, für die LeihInnen ist es dort schwierig, an irgendwelche Daten zu kommen. Das ist jetzt erstmal per sie nicht. Aber es sind natürlich Daten, die im Internet erstmal kursieren. Bei Instagram beispielsweise im Privat-Messenger Bilder zu verschicken, die sind nicht verschlüsselt. Auch bei dem Facebook-Messenger ist es nicht so. Da wäre es dann vielleicht ein bisschen leichter, wenn Menschen sich auskennen, wie man an Bilder kommt, daran zu gelangen. Trotzdem ist es so, wenn man in WhatsApp-Gruppen ist, dass die meines aktuellen Kenntnisstands, vielleicht ist es nicht mehr der aktuellste, diese Kommunikation dann nicht verschlüsselt ist. Es gibt ja zum Beispiel auch Messenger, die verschlüsselte Kommunikation anbieten, wo die Server vielleicht nicht zu einem Großkonzern gehören oder zumindest wo Datenschutz größer geschrieben wird. Also es gibt zum Beispiel den Schweizer Nachrichten-Messenger-Dienst Trema oder Trema. Es gibt auch Signal. Da gibt es Alternativen und ich glaube, es ist auch wichtig, mal sich damit auseinanderzusetzen, welche Alternativen es gibt und was das dann vielleicht auch bedeuten könnte. und sicherer sind. Also wenn ich zum Beispiel, ich mache ein Beispiel über Signal, die Fotos versende, habe ich dieses Problem nicht? Ja, genau. Also es ist halt so, ich weiß die technischen Details alle immer nicht, aber dass dort auch mit, wenn dort beispielsweise eine Anordnung käme, könnte diese Verschlüsselung nicht aufgehoben werden. und ich bin mir gerade nicht sicher, wie das dann bei WhatsApp wäre. Erstmal ist es ja so, wir haben ein Recht auf die verschlüsselte Kommunikation und die ist auch geschützt, politisch noch. Hoffentlich bleibt es auch so, weil das ist ja auch wichtig. Genau. Aber ich wollte gar nicht so in per se über den einen oder den anderen Messenger sprechen. Vielleicht komme ich nochmal zurück zu dem Punkt, wenn wir ein Bild aufnehmen von dem Kind und wenn das Kind vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, aber auch die jungen Kinder zeigen ja auch Reaktionen, ob sie gerade überhaupt fotografiert werden möchten. Kann man vielleicht nochmal den Schritt zurückgehen und an die Kinderrechte denken, aus der Perspektive zu überlegen, also ist es gerade in Ordnung für mein Kind, dass ich ein Foto mache und wenn das in Ordnung ist, ist es dann auch in Ordnung, dieses Bild zum Beispiel der Oma zu schicken, weil auch die Oma möchte vielleicht natürlich teilhaben am Aufwachsen. Es ist ja häufig so, dass Großeltern vielleicht in einem anderen Ort wohnen und das Kind gar nicht so häufig sehen und das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, dann eben über das Internet daran teilhaben zu können. Und dann die weitere Überlegung, sind alle EmpfängerInnen, denen ich Bilder von meinen Kindern schicke, so vertrauenswürdig, dass ich denen diese Bilder auch guten Gewissens schicken kann. Es hilft zum Beispiel, sich auch bewusst zu machen, jeder Person, der ich ein Bild schicke, zu sagen, du, ich möchte gerne dir ein Bild von meinem Kind schicken, aber bitte schicke das an niemanden weiter und veröffentliche es auch nicht. Das ist zum Beispiel bei Großeltern, die vielleicht gar nicht mit den Medien so aufgewachsen sind, wie vielleicht meine Generation schon wichtig, darüber auch zu sprechen, weil die vielleicht gar nicht wissen, was das heißt, wenn ich bei WhatsApp in meinen Status ein Bild schicke, dann können es alle meine 300 Kontakte aus meinem Smartphone beziehungsweise alle Personen, die meine Handynummer haben, einsehen und da weiß man ja schon gar nicht mehr, wer ist denn da eigentlich unter meinen Kontakten. Und dass wenn dieser Status nur 24 Stunden dort ist oder man den ja auch wieder löschen kann, ist das Bild erstmal einmal da, man weiß nicht, ob da jemand vielleicht sogar einen Screenshot von gemacht hat, hat sich das Bild gespeichert hat. Also das kann schon einen Lauf nehmen, über den man einfach keine Kontrolle mehr hat. Daher ist es sehr wichtig, darüber mal zu sprechen. Ich teile Bilder von meinen Kindern, das ist eine Entscheidung, aber mit dem Bewusstsein, dass ich die Entscheidung dafür treffe und nicht jemand anders das noch weiter dann verbreiten kann zum Beispiel. Frau Hanna, ich möchte ganz kurz da einhaken und zwar viele stellen sich jetzt die Frage, ja toll, ich will ja aber die Fotos teilen, und ich will ja die Großeltern teilhaben lassen. Nochmal zurück, da möchte ich wirklich dranbleiben an dem Thema, welchen sicheren Weg haben Eltern, um Fotos zu teilen? Ja, also ich denke, es ist schon mal gut, einen verschlüsselten Messenger zu nutzen. Da kann man sicherlich auch einfach mal im Internet eine Recherche starten und gucken, okay, welche Messenger sind verschlüsselt. Das sind zum Glück die gängigen schon mal in der 1 zu 1 Kommunikation. Dann könnte man nur 1 zu 1 nutzen und nicht in der Gruppe. Zum Beispiel, ja. beziehungsweise ich müsste noch mal in den aktuellen Bedingungen, ob sich da was geändert hat, guck mal, ich nutze seit Jahren kein WhatsApp mehr. Das könnte jetzt jeder eigenverantwortlich machen, weil wir auch keine Empfehlungen geben möchten. Jeder guckt eigenverantwortlich, welcher Messenger ist verschlüsselt und dann gehe ich damit zum Beispiel genauso verantwortungsvoll um, wie du es gerade gesagt hast. Genau. Es gibt auch Elternratgeber zu dem Thema, auch wie man, welche Messenger man wie sicher nutzen kann. in den Shownotes. Genau, das kann ich gerne raussuchen und dann einen Link dazu schicken. Ich liebe ja Eigenverantwortung, wenn Eltern dann nämlich eigenverantwortlich die Entscheidung treffen können. Wie ist es denn, wenn man jetzt Fotos macht auf dem Handy, Hanna, und Videos? Da gibt es doch bestimmt auch Einstellungen auf dem Handy, die wir beachten sollten, damit die nicht zugänglich sind. Weil oft kommt ja von einer App, App so und so möchte gerne auf Videos und Fotos zugreifen. Wie ist es denn damit? Gibt es da gute Einstellungen? Also es ist vielleicht nicht auch ein spezifisches Thema, nur wahrscheinlich ist es wichtig, sich auch damit gut auseinanderzusetzen, oder? Grundsätzlich ist es auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man Kinder hat und die vielleicht auch irgendwann Zugang zu dem eigenen Gerät haben, sich mal mit den, überhaupt mit Sicherheitseinstellungen mit dem Handy auseinandergesetzt haben, sowohl beim Surfen im Netz oder eben auch bei den Apps, die man sich aus dem App Store oder dem Play Store runterlädt. ist das sehr wichtig, weil, wie du schon sagst, viele haben eben wirklich sehr breiten Zugriff auf alle Daten, die so im Handy sind. Und das ist dann natürlich auch immer die Frage, möchte ich dem zustimmen, auf welchen Servern diese Daten da möglicherweise sind? Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass man schon nochmal gucken sollte, wenn Bilder automatisch in einer Cloud gespeichert werden. Ich kenne mich persönlich nicht so stark mit den Cloud-Diensten aus und wie das automatisiert funktioniert. Welche Cloud das ist und wo diese Daten dann liegen und ob man nicht vielleicht besser den Weg wählt, auch wenn es vielleicht ein bisschen analog oder manuell ist, die Bilder vom Handy auf einem externen Datenträger zu speichern, der nur lokal zu Hause liegt. Da gibt es ja diese, wo man alles runterziehen kann. Das kann ich sehr empfehlen. Also wie so ein USB-Stick, man zieht sich alle Fotos runter und teilt es dann nicht mit einer Cloud oder Ähnlichem. Das ist auch nochmal so. Es gibt natürlich auch Cloud-Dienste, die sicher sind, wenn sie zum Beispiel sich um Datensicherheit kümmern und die Daten nicht an Dritte weitergeben und die Daten vielleicht auch hier in Europa liegen, was schon mal das alles ein bisschen eingrenzt. Aber ich glaube, so eine hundertprozentige Sicherheit gibt es da nicht. Sicher ist sicher. Also auch da gerne Eigenverantwortung übernehmen, nochmal gucken, wie kann ich mein Handy sichern, davor, dass ganz viele Apps oder andere Dienste oder Clouds auf mein Handy zugreifen können. Liebe Hanna, ich würde gerne nochmal zu der Frage kommen, jetzt neben den Fotos und Videos, also die, mit denen wir achtsam umgehen, dass wir auch nochmal bewusst drauf schauen, okay, wem schicken wir das, wie kommunizieren wir es, wenn wir Fotos weiter verschicken, was gibt es sonst noch für Dinge, gerade so im Baby- und Kleinkindalter, an die wir noch denken können oder haben wir die meisten Themen besprochen? Also ich glaube, ein Thema, was ich noch sehr relevant finde, ist das ganze InfluencerInnen-Thema, also Personen, die das sogenannte Sharing, also das ja dieses Kofferwort aus To Share und Parenting, also Bilder, Kinderbilder im Netz zu teilen und da gibt es halt das Private oder auch das Kommerzielle und wenn InfluencerInnen entweder die Eltern-InfluencerInnen, Mom-InfluencerInnen oder eben auch die, die selber, die Kinder-InfluencerInnen, die vor der Kamera stehen, da gibt es ja verschiedene, da wäre es mir nochmal wichtig, drüber zu sprechen, dass es wichtig ist, zu gucken, was und welche Daten teile ich denn über mein Kind, weil da verschwimmen ja die Grenzen zwischen privaten und öffentlichen schon manchmal und das dort ganz wichtig. Kannst du das nochmal erklären, was meinst du mit Privat und öffentlich, wenn die InfluencerInnen Fotos von anderen Kindern nehmen, ist das öffentlich oder was meintest du damit? Also erstmal sollte man nicht einfach so Kinderbilder von anderen ohne Einverständnis nehmen, es sei denn, es sind Stockbilder, die gekauft sind, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber ich meinte jetzt eigentlich, weil es gibt ja durchaus Personen, die beispielsweise auf Instagram oder YouTube also beruflich als InfluencerInnen arbeiten und zum Beispiel Content machen, der entweder was mit Kindern zu tun hat oder manchmal auch nicht und dann die Kinder dort gezeigt werden. Das kann sein, dass dort der Alltag mit Kind zum Beispiel Thema ist und dann auch die Kinder dort gezeigt werden in ihrem Alltag oder aber wenn der Content dieses Accounts gar nichts mit Kindern zu tun hat, werden trotzdem auch gerne mal Kinder gezeigt, weil die Klicks leider dadurch extrem in die Höhe gehen. Genau, also Kinderbilder werden im Algorithmus von Instagram irgendwie bevorzugt und ziehen halt irgendwie mehr und dann gibt es dann Leute, die eine Handtasche bewerben und das Kind hält die Handtasche oder so. Alles schon gesehen und dann ist natürlich, da kommen wir auf verschiedene Themen. Ich würde gerne mal das erste in den Vordergrund stellen, die Würde der Kinder und die Kinderrechte, das Recht am eigenen Bild und auch wenn wir über die Würde beispielsweise sprechen wollen, muss ich mein Kind in einer Situation zeigen, wo es beispielsweise einen brei verschmierten Mund hat, was natürlich irgendwie einen Mutausbruch oder starke Gefühle zeigt. Das ist ja es ist ja Witzshaming, dass ich auch ganz im vergangenen Jahr in einem großen Beitrag nochmal aufgegriffen habe. Es ist so entscheidend, darauf zu achten, dass Kinder auch nicht mit ihren starken Emotionen abgebildet werden, weil auch allein diese einfache Frage mit dem gesunden Menschenstand möchte ich als erwachsene Person so gezeigt werden. Ich denke, da haben wir schon die beste Orientierung. Das gehört auch dazu. Ganz genau und fragen sollte man sich natürlich auch, ob in so einer Situation, in der das Kind eigentlich gerade eine Begleitung braucht, die Kamera drauf zu halten, vielleicht so die richtige Wahl ist, frage ich mich auch. Kamera oder das Smartphone hat sicherlich auch da einen großen Einfluss einfach, wie Kinder vielleicht dann auch reagieren in so einer Situation. Und da gehört natürlich auch dazu, in Teammomenten Bilder von Kindern zu machen, ist die eine Sache, aber diese dann auch zu teilen, beispielsweise beim Baden, wenn die Kinder möglicherweise sogar, also beim Baden sind Kinder in der Regel nackt und diese sollte man natürlich nicht ins Internet stellen. Oder beim Töp, es gibt vor allem aus dem US-amerikanischen Bereich, habe ich das viel beobachtet, dieses Party-Training, also das Trockenwerden der Kinder zu begleiten und dort nicht nur die Daten in eine App einzutragen, wo wir wieder beim Thema Datensicherheit werden sind und das dann zu teilen, also wann, wie oft das Kind beispielsweise, wie lange, keine Windel getragen hat. Also die Details möchte ich jetzt hier gar nicht bekannt geben, aber gleichzeitig auch Bilder vielleicht von dem Kind auf dem Töpfchen zu zeigen. Die Vorstellung, dass dieses Kind erwachsen wird und später irgendwie diese Fotos gezeigt werden in irgendeinem Zusammenhang. Es kann ja sein, das Kind macht eine politische Karriere oder was auch immer und wird irgendwann deswegen erpresst oder ähnliches. Diese Vorstellung, also die Konsequenzen, sich dessen bewusst zu werden und allein die emotionalen Auswirkungen. Ich glaube, das ist so entscheidend, das einmal durchzuspielen. Das fängt aber ja auch schon früher an. Also wenn es Kinder sind in der Schule, kann das durchaus auch Material sein, was zum Cybermobbing verwendet wird. Und dann natürlich die Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter, die können wir jetzt noch gar nicht so stark beurteilen. Also ich glaube, es gibt ja jetzt die ersten Generationen, die wirklich digital aufgewachsen sind. Da gibt es auch Stimmen, die laut werden. Ich habe das aus dem US-amerikanischen Raum beobachtet. Die ersten Kinder, die quasi vor der Kamera groß geworden sind und welche Auswirkungen das auch für sie hatte. Aber natürlich auch bei der späteren Berufswahl, wie auch immer. Es sind alles Dinge, die muss man sich vor Augen führen. Genau. Also welche Auswirkungen das haben kann. Das finde ich jetzt nochmal ganz spannend über die Kinderrechte und die Kinderwürde dazu sprechen, weil es gibt ja viele InfluencerInnen, die auch sagen, mein Kind ist dann eigentlich wie eine kleine Schauspielerin, die macht mit mir vielleicht auch mal ein Rollenspiel oder ähnliches. Was ist denn da deine Einschätzung zu? Ab welchem Alter denkst du, kann ein Kind freiwillig entscheiden oder auch mit dem entsprechenden Urteil zu mögen? Ich habe da eine Meinung zu, die äußere ich auch gleich, dass ein Kind da sozusagen nicht in seinen Kinderrechten missbraucht wird. Tja, also das ist ganz schwierig. Man spricht ja, also erstmal juristisch gesehen, spricht man glaube ich von dieser Einsichtsfähigkeit etwa um die 14 Jahre, das Kinder, die dann erlangt haben. Die Empfehlung ist natürlich, so früh wie möglich, Kinder mit in die Entscheidung einzubeziehen. Und ich glaube, also ich habe an verschiedenen Stellen auch schon gelesen, etwa ab sieben Jahren sollte man auf jeden Fall die Kinder mit in die Entscheidungen mit einbeziehen, ob Kinder Fotos gemacht werden und ob diese dann geteilt werden. Es ist aber schon so, dass Kinder auch mit sieben Jahren und vermutlich auch mit 14 noch nicht einschätzen können, was das Ausmaß bedeutet im Internet, weil das Internet ja so ein ungreifbarer Raum ist, dort etwas hochzuladen, weil was bedeutet das denn, wenn 500.000 FollowerInnen dieses Bild auch sehen können? Das kann natürlich ein Kind gar nicht einschätzen, aber ein Kind kann natürlich sehr wohl einschätzen, wie es sich auf diesem Foto findet. Also finde ich das Foto gut oder nicht gut? Möchte ich lieber, dass meine Eltern das Bild wieder löschen? Das können Kinder schon sehr wohl beurteilen und sie können natürlich auch schon beurteilen, möchte ich, dass das Bild an die Oma geschickt wird oder den Opa oder meine Tante oder möchte ich es nicht so, das sind schon Entscheidungen, die auch kleine Kinder durchaus treffen können und es ist halt wichtig, den Kindern das Gefühl von Anfang an zu vermitteln, dass sie an der Entscheidung auch mitbeteiligt werden. Das ist ja auch eine Form der digitalen Teilhabe und wie Kinder auch lernen, medienkompetent und resilient zu werden. Es ist ja auch wichtig, Kindern von Anfang an ja zu zeigen, erstens als Vorbild und zweitens aber auch den Kindern mitzugeben, wie sie Grenzen setzen können. Also das ist, wir haben ja gerade schon leider zum Einstieg eigentlich direkt über das Thema der sexualisierten Gewalt im Netz gesprochen, aber das Thema Grenzen setzen, das ist ja in jedem Lebensbereich so relevant und Kinder, die selbstbestimmt und selbstbewusst und resilient auf das Lernen von Anfang an und da ist eben die Entscheidung, mittreffen zu können, ein Teil davon. Genau und ich sage es gerade, was Wichtiges ist zum Thema, mein Körper gehört mir, die Rechte über meine Fotos gehören mir sozusagen, also im übertragenen Sinne. Das heißt konkret im Alltag die Kinder zu fragen, darf ich das Bild der Oma schicken? Darf ich das teilen? Das heißt dann, also bei Instagram, das heißt, es sehen dann Tausende von Menschen und da bin ich allerdings auch nochmal als Entwicklungspsychologin ganz deiner Meinung. Ich glaube auch, dass ein Grundschulkind dieses Urteilsvermögen noch nicht besitzt, um einschätzen zu können, was hat das für Konsequenzen, wenn jetzt Hunderttausende von Menschen mich zum Beispiel auf einem Video oder auf einem Foto sehen. Das kann ein Kind in diesem Alter noch nicht beurteilen und ich finde, wie du schon sagst, ab einem gewissen Alter, im Teenager-Alter fangen Kinder an, wirklich dieses Urteilsvermögen zu haben und dann ist es ja auch durchaus wichtig, mit den Kindern vorher diese Konsequenzen durchzusprechen und dann zu sagen, ist es in Ordnung für dich, dass ich das teile? Also da bin ich ganz deiner Meinung, diesen sensiblen Umgang damit zu pflegen, ist für die Psyche von Kindern und auch für den Schutz, auch für die emotionale Gesundheit ganz enorm wichtig. Genau, würde ich auch zustimmen. Gut, das heißt, eine Frage noch zum Thema, wenn InfluencerInnen Fotos von Kindern veröffentlichen und über das Gesicht zum Beispiel etwas machen, was hältst du denn davon? Ist das ausreichend, was den Schutz angeht? Also ich sage da gerne was zu, ich würde nur sagen, bevor wir das Thema abschließen, können wir vielleicht auch noch ganz kurz über das Jugendarbeitsschutzgesetz sprechen, was ich an den Punkt der Kinderrichte anschließen wollte. Aber zu der Frage, das Kind unkenntlich machen und trotzdem teilen, ist, finde ich, erst mal eine Lohnswerte und, also ich sage mal, eine gute Kompromisslösung. Trotzdem ist es halt so, dass wenn zum Beispiel einfach ein Emoji über ein Gesicht gemacht wird oder so eine Verpixelung, ist es nicht ausgeschlossen, dass es Software gibt, die diese wieder entschlüsseln kann. Also das ist jetzt, da stecke ich technisch zu wenig drin. Ich habe tatsächlich mal Selbstversuche gemacht und die frei verfügbare Software, die ich gefunden habe, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, da wieder ein Bild herzustellen. Aber... Leute, die es machen können, das ist wichtig. Was ist, wenn man Kinder von hinten nur zeigt? Genau, also ich würde halt sagen, dass wenn man sich dafür entscheidet, sein Kind zu zeigen, kann man ja zum Beispiel Bildausschnitte wählen, auf denen das Kind nicht identifizierbar ist. Also von hinten, von weiter weg, nur ein Ausschnitt der Hand oder so. Also wenn man zum Beispiel ein Bild teilen möchte, auf dem, keine Ahnung, in der Mahlzeit dargestellt ist, nicht das ganze Kind, sondern nur ein Ausschnitt des Kindes zu zeigen oder so. Was halt ich dennoch wichtig finde, in dem ist, wenn gerade InfluencerInnen, die sich entscheiden, die Kinder das Gesicht nicht zu zeigen, aber sonst schon die Kinder und die aber in dem gesamten Narrativ ihres Accounts also den Alltag der Kinder auch teilen, also sagen, keine Ahnung, morgens machen wir dies und jenes und dann gehen wir da zur Schule und danach auf den Spielplatz und heute auf den Flohmarkt oder so, dann können diejenigen, die dem Account natürlich regelmäßig folgen und auch vielleicht das Impressum dieser Person kennen, sollte es eine öffentliche Person sein oder auch nicht, wenn der Wohnort bekannt ist durch zum Beispiel Geolocation Filter, die ja manchmal verwendet werden, wovon ich auch eher abraten würde, gerade wenn man live etwas teilt. Da meinst du den Job angeben, gell? Genau. Oder eben auch, wenn man immer zu demselben Spielplatz geht und manche Leute dann vielleicht den ja auch kennen, aha, das ist der Spielplatz hier in Berlin, Kreuzberg, so, dann kann man vielleicht auch, und wenn es dann Winter ist, wo das Kind immer dieselbe Winterjacke trägt, vielleicht dann schon auch ein Kind erkennen, ja? Also das ist jetzt nicht unmöglich, gerade wenn man so dann eins und eins zusammenzählt von den Daten, die verfügbar sind. Man muss sich da selbst in Gefahr zu bringen, dieses Bewusstsein zu schaffen. Vielen Dank, Hanna, dafür. Ich glaube nicht, dass viele Menschen über sowas nachdenken. Ja, genau. Also das kann schon sein, weil ich meine, ich verstehe natürlich auch, Menschen haben ja auch das Recht, ihren Alltag im Internet zu teilen. Das ist ja auch was Schönes. Das ist vielleicht ja auch, also viele können sich dann damit identifizieren, die diesen Eltern dann folgen, die bei diesem Alltag etwas teilen. und man kann das halt so machen oder so, also wenn man die Kinder dabei halt schützt oder sich das bewusst ist. Eine gute Lösung ist zu sagen, man zeigt das Kind von weiter weg, von weg gedreht, dass das Kind nicht erkennbar ist. Und nochmal wichtig, auch um es auf den Punkt zu bringen, dass nicht unbedingt die Orte angegeben werden, an denen man sich regelmäßig aufhält und so weiter. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, um Kinder zu schützen. Du hast dieses Gesetz angesprochen, lass uns darauf gerne noch kurz eingehen und dann darüber sprechen, wie wir auch Schulkinder und dann nochmal Teenager im Netz schützen können, dass wir da nochmal praktische Tipps geben und dann, glaube ich, haben wir sehr viel Überblick gegeben. Also du wolltest auf das Gesetz eingehen. Genau, also ich würde einfach gerne nochmal, wenn wir über diesen kommerziellen Charenting-Bereich, also was jetzt für InfluencerInnen relevant ist, sprechen, müssen wir schon auch nochmal über Jugendarbeitsschutzgesetz sprechen. Wenn nämlich zum Beispiel TV-Produktionen für Werbung Kinder zeigen, dann gibt es da extrem hohe Auflagen. Also da müssen ärztliche Gutachten vorliegen, es muss pädagogisch begleitet sein, es muss die und die Auflagen, wenn das zum Beispiel schon schulpflichtige Kinder sind, erfüllen, dass nur so und so viele Stunden für eben diese Arbeit zur Verfügung stehen. Also es gibt sehr viele Ausnahmeregelungen, die das dann ermöglichen, also weil eigentlich ist ja der Status Quo, Kinderarbeit ist verboten und dann gibt es eben in diesem Gesetz gewisse Ausnahmeregelungen, in denen das dann eben möglich ist, weil von Kinderarbeit sprechen wir, sobald eben das, was sie tun, auch vor der Kamera, in einem wirtschaftlichen Zusammenhang, also mit Geld, was man damit verdient, zusammenhängt. Genau, ganz kurz, das bedeutet auch alle Schauspieler, also Kinder, die Schauspieler, alle Werbevideos mit Kindern und so weiter, die haben davor, diese rechtlichen Grundlagen zu erfüllen, um die Kinder ausreichend zu schützen. Das heißt, dass die nicht zum Beispiel 20 Stunden die Woche vor der Kamera stehen müssen oder solche Kriterien fließen da vermutlich mit rein und dass die emotionale Gesundheit des Kindes vorher gecheckt wird, das Kind danach wahrscheinlich entsprechend aufgefangen wird und so weiter, nehme ich an. Genau, also im Vordergrund steht natürlich immer das Recht auf Bildung und das Recht auf Freizeit und auf Ruhezeit und dann in dem kleinen Fenster, das dann je nach dem Alter, das auch verschiedentlich zur Verfügung steht, darf dann unter diesen gewissen Auflagen auch ein Kind arbeiten. Da braucht es eine rechtliche Grundlage dafür, das heißt, es ist eine Entscheidung, die davor getroffen wird von einem Richter oder wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist nicht so ganz einfach zusammenzufassen, also da gibt es verschiedene Auflagen, die dann beim Amt beispielsweise liegen oder bei der Kinderärztin oder bei, ich weiß gar nicht, ob auch die Schulen eine Genehmigung ausführen müssen oder wie auch immer, wo genau, aber in Deutschland gibt es da sehr viele bürokratische Wege und das ist auch ein bürokratisierter Prozess und dann gibt es auch natürlich andersrum muss es dann auch kontrolliert werden können, es ist so, dass das Jugendarbeitsschutzgesetz für Kinder ab drei Jahren gilt und um nochmal das zu sagen, also für Film und Fernseh und Theaterproduktion und so weiter, es ist ja auch wichtig, dass wir wollen ja Kinder nicht aus der Gesellschaft ausschließen, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, also auch im digitalen Raum sind natürlich Kinder Teil unserer Gesellschaft, aber die Frage ist natürlich das Wie und das ist eben damit geregelt, dass Kinderarbeit verboten ist, aber im Jugendarbeitsschutzgesetz es eben bestimmte Ausnahmeregelungen gibt, damit eben auch wir Kinder in Filmen sehen können, was ja auch schön ist und wichtig, nur eben, dass das, wie das dann eben stattfinden kann. Wenn wir jetzt über den D- kritische Frage stellen, kurz, heißt, wenn eine Influencerin ihr Kind vermarktet und zum Beispiel, wie du das Beispiel vorher genannt hast, hinstellt und sagt, das ist die Tasche und schau doch mal, wie schön die Tasche in der Hand meines Kindes aussieht, wenn es da einen Kläger gäbe, könnte es sein, dass diese Person Probleme bekommt, rechtlich? Ja, vielleicht nicht per se erstmal die Person, vielleicht dann erstmal die Werbebeauftragende Agentur oder so, also das ist ja auch die Frage, also bei dem ganzen Thema des Jugendarbeitsschutzgesetzes bei Instagram beispielsweise, bei dieser ganzen InfluencerInnen-Werbung, da gibt es noch gar nicht so viel Bewusstsein dafür, sowohl auf der unternehmerischen Seite als natürlich auch von der InfluencerInnen-Seite, aber bei so einem Werbevertrag stecken ja auch mehrere Parteien dahin, da ist dann die Plattform, auf der die Werbung gezeigt wird, da ist die Firma, die die Werbung, also dieses Produkt bewerben möchte und, nee, die Werbung beauftragt und dann eben die Person, die das vor der Kamera dann bewirbt, also die InfluencerInnen in dem Falle und wenn jetzt die, ich sag mal, eine Mutter bewirbt über ihren Instagram-Account Produkte Windeln oder so, dann hat man ja den Windelhersteller, der diese Werbung beauftragt hat und eben Instagram als Plattform oder YouTube oder wo auch immer das dann stattfindet, in der Regel ist es ja heutzutage Instagram und YouTube und das sind dann eben Werbeverträge. Wir haben ja schon durch politische Instanzen wie den Digital Service, also das Digitale Dienstegesetz oder ich habe gerade genau das Datenschutzgesetz und das DSGVO gibt es verschiedene Auflagen, die dann schon mal geregelt haben, dass man Werbung kennzeichnen muss im Netz, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte gewesen, gerade bei Instagram und dann, wenn aber Kinder auch mit in diese Gleichung kommen, die ja keinen Vertrag mit denen haben, aber womit Geld verdient wird, also zum Beispiel, weil die Windeln beworben werden oder meinetwegen auch etwas, was nichts mit Kindern zu tun hat, diese Handtasche, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, dann ist natürlich die Frage, okay, haben die Eltern sich Ausnahmeregelungen eingeholt, damit das Kind vor der Kamera dieses Produkt bewerben kann? Wahrscheinlich nicht. Wenn da jetzt jemand klagen würde, ich weiß nicht, wie der Ausgang der Sache wäre, aber es wäre vielleicht mal gut, dass dieses Bewusstsein dafür geschaffen würde. Genau, und vor allem auch, wenn ihr zum Beispiel Accounts selber Produkte mit ihren Kindern verkaufen, das machen ja auch ganz viele Mann und FlorenzerInnen, die einfach zum Beispiel ein Produkt haben und das dann selber auch über die Kinder verkaufen. Genau, und da ist auch wieder so die Frage, wie lange dauert der Dreh eigentlich in den eigenen vier Wänden, also vielleicht sogar im eigenen Kinderzimmer, was wiederum, wo wir wieder bei den Kinderrechten wären, nämlich, welche Räume sind besonders schützwürdig für Kinder, nämlich in Teams und Privatsphäre, im Spielzimmer, im Schlafzimmer, wie auch immer. Und wie lange hat denn ein Dreh tatsächlich gedauert? Viele sagen oft, naja, also mein Kind hat jetzt hier mal drei Minuten vor der Kamera das Geschenk ausgepackt und zeigt es. Das ist ja jetzt keine Arbeit. Naja, muss man schon nochmal, also wie oft wird dieses Video gedreht? Hat das vielleicht am Ende doch eher drei Stunden gedauert, bis das Kind so gelächelt hat, wie das sich vorgestellt wurde und sich so gefreut hat? So, ne? An welchem Tag wurde das gemacht? Und es gibt ja auch ganz viele Studien inzwischen darüber, was es wirklich macht auch mit der Bindung zwischen Elternteil und Kind, sobald Eltern auch natürlich unter diesem Druck stehen, dieses Drehs und dass darüber einfach diese emotionale Abwesenheit der Eltern passiert. Also das ist nochmal so diese psychologische Sichtweise auf das ganze Problem, dass natürlich es viel schwerer ist, wenn ich mit meinem Kind in dieser Arbeitsatmosphäre bin, wirklich in einer engen Verbindung mit meinem Kind zu sein und feinfühlig auch wahrzunehmen, was braucht mein Kind? Also die Feinfühligkeit leidet einfach unter so einer Drehsituation. Genau. Natürlich. Und auch die Frage der Freiwilligkeit spielt da schon auch mit rein. Natürlich kann, es gibt viele, die sagen, na meine Tochter, die freut sich immer, wenn wir ein neues Geschenk auspacken dürfen und ich das dann filme und die zeigt das dann auch gerne. Das glaube ich auch alles. Das kann alles sein. Trotzdem muss man natürlich sich vor Augen führen, okay, dieses Kind ist natürlich in einer gewissen Abhängigkeit zu den Eltern. Das will ja auch gefallen, vielleicht das will mitmachen. Jedes Kind will ja auch aus sich heraus zum Wohle beitragen und hat vielleicht auch Freude, nur kann gleichzeitig vielleicht nicht zu jeder Zeit, wann dieser Drehtermin ist, weil Kinder sind ja noch total impulsgesteuert und können vielleicht dann in diesem Moment nicht, weil sie ein anderes Bedürfnis unerfüllt haben. Und das ist glaube ich auch noch mein Entscheid und vor allem die Konsequenzen können halt nicht abgeschätzt werden. Ja, genau. Mir war jetzt noch mal wichtig, dass wir sehr konkret werden, Hannah, was die Grundschulkinder und die Teenager angeht. Und worauf können Eltern im Alltag achten, um ihre Kinder im Netz zu schützen, sobald die dann natürlich auch selber viel im Netz unterwegs sind? Vielleicht können wir da noch mal so kurze Tipps sammeln, auf was Eltern wirklich konkret achten können. Ja, also ich meine, der wichtigste Schutz für Kinder ist auf jeden Fall Prävention und Aufklärung. Also wir hatten ja gerade schon mal kurz über das Thema Grenzen setzen und Medienkompetent sein gesprochen, was nicht nur für die Kinder so wichtig ist, sondern auch für die Eltern selber. Ja, und vor allem auch zu sagen, darf ich ein Foto machen? Ja, ist es in Ordnung für dich? Also dieser sensible Umgang damit, das geht ja schon eigentlich, oder ist übertragbar, wenn wir über die Grenzen des eigenen Körpers sprechen, dass man ein Kind zum Beispiel auch fragt, darf ich dich jetzt wickeln? Ja, oder darf ich dir jetzt die Nase putzen? Das sind ja auch so Sachen, darf ich dich umarmen? Das sind Dinge, die auch ganz wichtig sind wahrscheinlich für das Netz, wenn wir über die eigenen Bildrechte und Videos sprechen. Ja, genau. Und auch wenn wir über den Bereich der Gewalt dann sprechen, also Kinder, die schon früh gelernt haben, Grenzen zu setzen, sind vielleicht weniger gefährdet, betroffen zu werden von Gewalt, weil sie vielleicht eher ein Gefühl dafür entwickeln, das ist jetzt irgendwie nicht in Ordnung, was hier passiert und ich wende mich an eine Vertrauensperson und frage mal nach, ist das in Ordnung, wenn mich hier dieser fremde Mensch anschreibt oder so. Das ist eine wichtige Grundlage, die da einfach schon von Anfang an natürlich geschaffen wird in diesem Verhältnis. aus, dass ich natürlich auch mit meinem Kind darüber spreche, was machst du da, dass ich vielleicht auch die Freude mit meinem Kind teile, vielleicht im Netz hat, dass ich mit ihm darüber spreche und mein Kind nicht das Gefühl hat, oh, für Mama und Papa ist das so eine Grauzone und Mama will vielleicht gar nicht darüber reden, sondern dann ist das Kind auch eher gewillt offen mit mir darüber zu sprechen, was es da alles so macht, wenn ich selber eine gewisse Begeisterung und Interesse zeige. Genau, also ich denke auch, dass das Interesse zu zeigen an dem, was Kinder eigentlich so Spaß macht im Netz, also welche Spiele gefallen ihnen, welche Videos gucken sie gerne. Gerade wenn wir über die Kinder im Schulalter sprechen, die haben ja sehr viel Berührung mit Medien, die lernen mit den Medien, also die meisten Schulen sind ja in irgendeiner Form ausgestattet, sei es mit Tablets oder Laptops oder Computern, Schulbücher, die digital stattfinden, Kreativität im digitalen Raum nutzen, umzulernen, da steckt ja einfach ganz viel dahinter und eben auch, und das ist ja auch eines der Kinderrechte, das Recht auf Freizeit und Spiel und das zählt auch für den digitalen Raum. Es gibt ganz, ganz viele Online-Games, die Kinder gerne spielen, die verabreden sich ja auch zum Beispiel, um miteinander zu zocken oder so und wenn man da jetzt Eltern ja schon von vornherein auch Interesse statt Skepsis vielleicht zeigt oder ich sage mal, eine gesunde Skepsis ist natürlich irgendwo auch klar und es geht natürlich auch um Regeln, Mediennutzungsregeln. Genau. Das ist dann wieder die Verantwortungsseite auch der Eltern. Die können aber Kinder natürlich auch schützen, also wenn wir Kindern ein Gerät in die Hand drücken, sei es das Tablet oder das Smartphone, ist halt super wichtig, dass wir als Eltern oder das Eltern sich vorher mit dem Gerät auseinandergesetzt haben. Was kann dieses Gerät? Wir haben ja schon über die Sicherheitseinstellungen bei den Bildern, also mit Cloud-Diensten gesprochen, aber ganz relevant ist natürlich, wo ist der Zugang, wenn ich dieses Gerät einfach so meinem Kind in die Hand drücke? Das ist natürlich nicht der beste Ansatzpunkt, sondern viel besser wäre, wie kann ich eben, welche Kinder- und Jugendschutzeinstellungen kann ich vornehmen? Also es gibt ja beispielsweise bei verschiedenen Anbietern Profile, die man einrichten kann, die dann direkt Kinder-Kindgeschützt sind, also Jugendschutzeinstellungen haben, also den technischen Jugendschutz schon eingestellt haben. Eine Forderung, die beispielsweise... Ich würde auch noch ein Dokument empfehlen, das wir verlinken können, weil Eltern sind einfach auch überfordert und wissen gar nicht, wie sie das dann alles einstellen können. Da setzen wir noch einen Link in den Shownotes, oder? Auf jeden Fall, genau. Also es gibt verschiedene Elternregeber. Ich kann zum Beispiel auch immer ClickSafe empfehlen. Ich schicke gern die Links, dann, dass wir die... Wunderbar. Die Seiten der entsprechenden Seiten... Wunderbar. Wir wollten noch mal darüber sprechen, was es noch konkret zu beachten gibt in der Aufklärung für die Kinder. Also du hast gesagt, Aufklärung ist das A und O und ihnen natürlich beizubringen, dass sie eigene Grenzen haben, dass sie auf sich aufpassen dürfen. Was können wir einem Grundschulkind zum Beispiel sagen, auf was es aufpassen soll? Wichtig ist zu sagen, teile deine persönlichen Daten nicht mit... Also öffentlich oder mit Fremden. Also es ist ja heute über die verschiedensten Plattformen, die auch schon kleinere Kinder nutzen oder jüngere Kinder, möglich, also Kommunikationsmöglichkeiten, die gibt es bei Online-Games, die gibt es bei sozialen Medien, wo eigentlich natürlich Grundschulkinder auch noch gar nicht sein dürften. Also der Satz, deinen Namen und deine Adresse, den teilst du nirgends im Netz. Und genau, die Telefonnummer nicht. Auf dem Wohnort nicht. Und den Wohnort. Genau. Und auch wichtig, vielleicht zum Thema Aufnahmen von sich selbst, das ist dann vor allem für ein bisschen ältere Kinder, aber schon, also ehrlich gesagt, nein, auch schon bei den jüngeren Kindern fängt das an, Aufnahmen von sich selber, die beispielsweise Nacktaufnahmen sein können, nicht mit Menschen im Netz zu teilen, dass dafür ein Bewusstsein geschaffen wird, denn das Ausmaß dessen, selbst wenn ich das, also wir können gerne gleich auch noch kurz zu dem Bereich der Jugendlichen kommen, wo ich das nochmal vielleicht ein bisschen mehr ausführen würde, aber gerade bei jüngeren Kindern ist schon mal wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, wenn du Aufnahmen von dir selber machst, Nacktaufnahmen, wenn ein achtjähriges Kind da einen Zugang zu hat und das gerne machen möchte, das ist die eine Sache, die andere Sache ist aber, was passiert da mit dem Bild und das sollte nicht an jemanden geschickt werden im Netz. Und wenn wir noch was zu der Grundschulzeit, also wenn wir so dieses Alter anschauen, wenn sie zum Beispiel jetzt alleine auch mal vor YouTube sitzen, auf was gilt es noch zu achten in der Kommunikation mit dem Kind? Ja, also ich glaube, wichtig ist auch, Kinder vielleicht auch vorzubereiten, dass es dort, was es dort für Inhalte gibt, also es gibt ja YouTube-Kids beispielsweise, ich weiß, dass viele YouTube-Kids, die dann schon ein bisschen älter sind, das ein bisschen langweilig finden, weil da ist gar nicht der Zugang zu all den tollen Videos, die es dann da so gibt. Das liegt dann wiederum in der Verantwortung der Eltern, ob die Kinder den Zugang zu dem Erwachsenen YouTube bekommen und sie aber darauf vorzubereiten. Also zum einen gibt es natürlich ganz viel Werbung und dann gibt es aber auch Inhalte, die sie dort gucken und vielleicht sind, also das kann ja auch ein Inhalt sein, der vielleicht nicht per se jugendgefährdend ist, aber vor dem sie vielleicht Angst haben oder so und dass Kinder immer, dass die mit ihren Eltern darüber sprechen können. Gerade mit jüngeren Kindern ist es schon noch wichtig, Medien gemeinsam auch zu nutzen, also sie nicht einfach drauf loszulassen. Genau, und sich davor das einmal auch anzuschauen, das aufzuarbeiten, auch die Reize, die natürlich aufgenommen werden durch die Mediennutzung, nochmal zu verarbeiten durch Ruhephasen danach, das finde ich auch nochmal ganz entscheidend. Und genau, ich würde gerne nochmal weitergehen zu den Jugendlichen, die ganz konkreten Tipps, weil ich glaube, das Cybermobbing spielt auch manchmal schon in der Grundschule leider eine Rolle. Da hätte ich jetzt auch nochmal so die Empfehlung, auch in der Grundschulzeit halte ich wenig davon, dass Kinder sich in Gruppen aufhalten, in WhatsApp-Gruppen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Hannah. Also WhatsApp ist ja erstmal per se ab 16 Jahren erst eigentlich von der Plattform an sich freigelassen, das heißt, wenn Kinder vorher dazu Zugang haben, dann ist das eine Entscheidung der Eltern. Es ist natürlich, wenn wir über das Thema Mobbing reden, bevor dieser weitverbreitete Zugang zum Netz war, war Mobbing auch schon ein Problem in Schulen, also das ist natürlich überall, wo die sozialen Kontakte sind, und darüber brauchen wir gar nicht reden. Was jetzt natürlich das Problem potenziert, ist der digitale Raum, also man hat keine Pause mehr. Gerade wenn Kinder das beispielsweise Smartphone immer bei sich tragen, das auch sogar mit ins Kinderzimmer nehmen, dann hört Mobbing nicht auf, dann hört es nicht am Schultor auf, sondern es geht den Nachhauseweg mit, es geht mit nach Hause und geht mit ins Schlafzimmer und dann, wenn auch bei Bilder beispielsweise da eine Rolle spielen, dann sind die im Netz und dann hört es auch nicht auf, die sind dann für eine ganz lange Zeit dort. Diese Hilflosigkeit, die Kinder darüber empfinden, deswegen ist es so entscheidend vorzubeugen. Ich glaube, darüber sollten wir noch kurz sprechen. Was können Eltern tun, um diesen Cybermobbing vorzubeugen? Ich glaube, es wäre eine ganz eigene Folge, nochmal darüber zu sprechen, was tut man in dem Fall, wenn es schon soweit ist. Da können wir jetzt heute nicht drauf eingehen, nur, was können Eltern zum Vorbeugen machen? Genau, also wenn es soweit ist, gibt es auf jeden Fall auch Beratungen für die Kinder und auch für die Eltern, also jugendschutz.net oder Youport zum Beispiel, Beratung, die für die Kinder selber ist, können wir gerne auch verlinken. Was können Eltern tun? Ich glaube, wichtig ist, vielleicht auch nicht nur darüber zu sprechen, was Kinder tun können, um nicht betroffen zu sein, sondern vielleicht auch, um nicht TäterInnen oder tätig zu sein, aktiv zu sein, andere zu mobben. Das ist vielleicht auch wichtig, Perspektiv übernehmen, wie würdest du dich fühlen? Ja, auch darüber zu sprechen, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist ja sicher auch der Auftrag von Lehrkräften auch in Schulen. Also sehe ich zumindest so, ich war ja auch lange Lehrerin und darüber auch zu sprechen, die Kinder mit ins Fühlen zu nehmen, zu gucken, was wäre, wenn du in der Situation wärst und das können Elternteile natürlich auch übernehmen. Genau, also es gibt halt da verschiedene, also ich denke mal, die Verantwortung, die liegt natürlich nicht per se nur bei den Eltern, sondern dass es da ja im Dreiklang ist, also mit den, dass die pädagogischen Fachkräfte, die LehrerInnen dort eine Aufgabe haben, aber auch dort, wo Kinder sich dann außerhalb der Schule aufhalten, ob es jetzt im Hort ist oder im Jugendtreffs, wie auch immer oder eben natürlich dann das Zuhause und mit den Kindern selbst, also dass da halt das Gespräch auf diesen drei Ebenen auch stattfindet und der Austausch und die Aufklärung und die Prävention einfach. Da gibt es auch ja digitale Angebote, die man nutzen kann, wie man auch mit Kindern da altersgerecht darüber sprechen kann, Materialien, Angebote von pädagogischen Einrichtungen von Fachkräften für Fachkräfte, für Eltern. Ich kann ein Beispiel nennen, auch aus dem Kinderschutzbund, der Landesverband Thüringen, von denen hier das Plakat bei mir im Hintergrund hängt. Die bieten auch Workshops an, was halt überhaupt zum Thema Medien und Medienkompetenz angeht, um aber auch eben Eltern im Umgang mit den Kindern zu verschiedenen Medienthemen, auch Gewaltthemen wie dem Cybermobbing im Netz oder auch über die Geräte, über die wir vorher schon geredet haben. Viele fragen, die da ja aufkommen, sind auch immer so, ob man ein Kind ein Smartphone haben kann. Das ist ja auch eine der Entscheidungen, die mit... Wann ist das denn so? Was ist deine Meinung? Da kann ich keine generelle Empfehlung am Alter festmachen. Ich glaube, also es gibt natürlich psychologische, medizinische Empfehlungen, ob man Kinder noch keins haben sollten. Ich glaube, es ist wichtig, da im Gespräch auch mit den Kindern zu sein. Ich glaube, je Spätheit desto besser. Und wenn, dann eben unter den gewissen kind- und altersgerechten Einstellungen. Also ein Wunsch, ich hatte das vorhin angesprochen, haben wir über was anderes geredet, eine Forderung vom Kinderschutz findet beispielsweise auch, dass Geräte per Design oder per Defo schon kindgerecht ausgeliefert werden und dann erst diejenigen, die eben das Gerät, die erwachsen sind oder das Gerät anders nutzen möchten, das alles wieder ausstellen müssen. Also, dass nicht alles frei in so einem Gerät schon ist, sondern per se mit Schutzeinstellungen vorgesehen ist, damit auch nicht die Verantwortung für dieses, ja, dieses undurchsichtige Netz an Dingen, ja, also diese Regeln und was man da alles einhalten muss als Eltern, das erfordert ja teilweise schon, also wer liest schon die AGBs von jeder App, weil das sind immer so viele Seiten. Du meinst, es sollte Geräte geben, die schon so eingestellt sind, wenn man sie kauft. Ja, alle Geräte sollten einfach per Design kindgerecht sein, weil unsere Gesellschaft muss halt natürlich eigentlich ja vom Kind aus gedacht werden, damit sie auch Teil dessen sein können und man nicht irgendwie tausend Gedanken und Stunden damit beschäftigt ist, wie dieses Gerät dann jetzt so eingestellt ist, dass mein Kind mit zehn Jahren beispielsweise das Smartphone nutzen kann. Da seid ihr auf einem Weg in dem Fall, das durchzusetzen. Bitte? Da seid ihr auf einem Weg, das durchzusetzen, dass Geräte so vom Design eingestellt sind. Es ist auf jeden Fall eine Forderung, die wir seit Jahren haben. Ja, da sollte man das einsetzen, ganz wichtig, auch weil ja viele Eltern so überfordert sind, weil sie selber nicht damit aufgewachsen sind, finde ich eine ganz wichtige... Verständlicherweise, ja. Ganz verständlicherweise, genau. Okay, das heißt, wir werden auch noch mal ein paar Links setzen, wenn Eltern wirklich das Thema Cybermobbing gerade betrifft, was sie da machen können, auch vielleicht an einem Workshop teilnehmen können. Gibt es denn doch nochmal einen konkreten Tipp, ohne diesen Workshop jetzt zu belegen, was das Thema ist? Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass Kinder das Gefühl haben, sie können sich an ihre Vertrauens- und Bezugspersonen wenden, damit sie sich Hilfe holen und nicht damit alleine gelassen sind, wenn sie betroffen sind. Wenn erst mal wichtig ist, der Peer... Wenn ich merke, ein Kind geht nicht mehr gerne in die Schule, wenn ich merke, es verändert sich was, dann sich auch einfach bewusst machen, es könnte damit zu tun haben und schon auch diese Eigenverantwortung zu wissen, was macht mein Kind auf dem Handy. Wenn ich zum Beispiel merke, es ist viel in WhatsApp, auch wenn es schon ein bisschen älter ist und ich habe den Eindruck, wenn es dann das Handy weglegt, wirkt es irgendwie ja betrübt, dann könnte es durchaus sein, dass es damit was zu tun haben könnte und auch mit den Fachkräften im Gespräch zu bleiben, mit dem Kind im Gespräch zu bleiben, finde ich auch nochmal wichtig. Genau, ja klar, wenn man eine Verhaltensveränderung beim Kind bemerkt, ist es wichtig, da feinfühlig und aufmerksam zu sein, als Eltern, auch als Fachkräfte, um dem Kind dann auch konstant natürlich zu vermitteln, ich bin für dich da, du kannst dich an mich wenden und wenn das nicht die Eltern sind, weil aus welchem Grund auch immer, ist es schon wichtig, dass es eine andere erwachsene Bezugsperson gibt, an die sich dann das Kind wendet oder eben sich, oder weiß, an wen es sich wenden kann. Es gibt ja mittlerweile auch Medienscouts, die eher gleichaltrige sind, also da gibt es schon auch verschiedene Ansätze, weil vielleicht für Betroffene von digitaler Gewalt nicht die erwachsenen Personen die ersten Anlaufstellen sind, das ist ja vielleicht nicht per se bei Cybermobbing, aber bei sexualisierter Gewalt im Netz oft ein Thema, das ja mit sehr viel Scham einhergeht, aber wenn wir natürlich präventiv sprechen, ist es halt wichtig, dass diese Vertrauensbasis geschaffen ist, damit man, naja, das... Aber das finde ich ganz spannend, du sagst gerade, wenn ein Kind davon betroffen ist, dann gibt es, was genau, Medienscouts hast du es gerade genannt, wo sind die zu finden? Also wenn Eltern nach diesen Personen suchen, die im ähnlichen Alter sind und sich dann mit dem Kind vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen, können wir das auch verlinken? Also es gibt, Medienscouts sind halt Jugendliche, die zum Beispiel Workshops in Schulen machen oder auch an einer Schule Ansprechpersonen sind für bestimmte Themen. In NRW beispielsweise gibt das, Schule ist ja immer Ländersache, daher kann ich da jetzt auch gar nicht so per se aus Bundessicht was zu sagen, aber in NRW von der Landesmedienanstalt NRW gibt es ein Programm, die bilden Medienscouts aus, das sind Jugendliche, junge Erwachsene, die eben dann zu bestimmten medienrelevanten Themen, das kann auch Cybermobbing sein, ansprechbar sind. Es gibt aber auch im Netz eben Beratungsstellen von Jugendlichen für Jugendliche oder speziell für Jugendliche, auch im Kinderschutzbund beispielsweise gibt es die Online-Beratung Safe im Recht, die können wir auch gerne verlinken, da geht es vor allem um Rechtsfragen, digitale Gewalt ist ein Bereich davon, der da relevant ist, aber auch ganz andere Fragen, die Jugendliche vielleicht haben und die sie nicht mit den Erwachsenen oder pädagogischen Fachkräften besprechen wollen oder können. Dann gibt es YouPort, das sind eben auch Medienscouts, die aber online unterwegs sind und dann erreichbar sind. Da werden wir jetzt schon wieder bei dem ganzen Thema, wenn betroffen, was können Kinder und Jugendliche dann machen? Gut zu wissen, dass wir da ein Netzwerk haben, das die Kinder auch in den Momenten auch die Eltern auffängt. Das ist nochmal ein ganz wertvoller Tipp gewesen. Mir ist abschließend nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass natürlich auch die Menge an Zeit, die ein Kind im Netz verbringt, eine Rolle spielt. Und dass wir deswegen vielleicht als Elternteile gut darauf achten, Kindern immer wieder ganz viele alternative Angebote zu schaffen, dass sie viel Freude an Hobbys haben, die nichts mit dem Netz zu tun haben, dass sie einfach ihre Freizeit so gestalten, dass sie nicht nur vom Netz dominiert ist. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, um gut vorzubeugen, damit Kinder einfach auch selbstbewusst werden über andere Dinge, die ihnen Freude machen und über ihre Talente, die ja nicht nur innerhalb des Nets abgebildet sein müssen. Es gibt sicher Kinder, die da ein großes Talent mitbringen, die vielleicht auch später einen Beruf in diese Richtung ausüben. Nur sollte auch immer ein gutes Gleichgewicht geschafft werden. Und da sind natürlich Eltern in der Verantwortung dafür zu sorgen, egal wie alt Kinder sind. Auch wenn es Teenies sind, die man kaum eben davon wegkriegt, möchte ich Eltern ermutigen, dran zu bleiben und immer wieder auch in die liebevolle Führung zu gehen und zu sagen, so, es reicht's und jetzt ist was anderes angesagt und du kannst vielleicht deinen Freund auch anrufen, anstatt ihm jetzt irgendwie fünf WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, als auch immer wieder bewusst, finde ich, durch diese Eigenverantwortung als Elternteil gegenzusteuern. Genau, ich glaube, zu dem Punkt kann man schon auch nochmal sagen, dass wir uns ein bisschen mehr in die Welt der Kinder, also mal mit in die Welt der Kinder gehen sollten, weil ich glaube, die meisten Kinder, oder ich glaube nicht nur, sondern es ist so, dass die Kinder und Jugendlichen heute gar nicht mehr so stark unterscheiden, was ist jetzt die digitale Welt und was die analoge, weil die einfach viel mehr ineinander greifen. und Alternativen schaffen, ich stimme dem allen zu, was du gerade gesagt hast, ich glaube aber trotzdem, dass es auch wichtig ist, um auf dieser Ebene, auf Augenhöhe, auch mit den Kindern sprechen zu können, dieses Verständnis zu haben. Wir leben in der digitalisierten Gesellschaft und das hat überall, es wirkt überall rein, dass es nicht nur dieses vor dem Handy hängen, sondern vielleicht, naja, stecken da ja auch andere Dinge hinter, oder das gemeinsame Treffen von Kindern und Jugendlichen hat auch häufig was mit Medien zu tun, sowie auch Lernen mit Medien was zu tun hat und es ist halt einfach ganz wichtig und die Aufgabe, die gesamtgesellschaftliche Aufgabe ja auch, das gute Aufwachsen mit den Medien zu ermöglichen. Das ist so für Zweifel, weil wir uns dadurch von den Kindern entfernen, weil es deren Welt ist. Genau und ich denke, was du gerade angesprochen hast mit, ja, leg doch mal das Handy weg oder so, was da helfen kann, das sind so Medien, Regeln, Verträge, wie auch immer, das Internet ABC beispielsweise ist ja eine Plattform, die für Kinder, Fachkräfte und Eltern ist, die verschiedene Aufklärungs- und Präventionsangebote, aber auch Materialien anbieten, unter anderem aber auch darauf aufmerksam machen, was denn zum Beispiel so ein Mediennutzungsvertrag zwischen Eltern und Kindern sein kann. Also wenn zum Beispiel Kinder und Eltern bei der Mahlzeit, also so eine gemeinsame Mahlzeit ist ja ein wichtiges Ritual in der Familie und dass das zum Beispiel dann die handyfreie Zone ist, nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern. Also die Frage ist ja immer auch, wir sind ja Vorbilder für die Kinder und wie verhalten sich die Eltern in der Familie mit den Geräten und was erwarten sie gleichzeitig von den Kindern und kann man da sich treffen, also das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Ja, genau. Ich habe neulich immer live bei Instagram über das Thema emotionale Abwesenheit durch den Medienkonsum der Eltern gesprochen, auch nochmal das ganz eigenes Thema. Ja. Auch noch mal eine Podcast-Folge wert. Oh, Hanna, ich bin so begeistert, ich durfte so viel von dir lernen. Ich danke dir so sehr für all den wertvollen Input und freue mich total auf die Links, die du mir noch alle schicken wirst, die ich alle in die Shownotes packen werde, um unsere wertvollen Kinder im Netz zu schützen. Vielen Dank, Hanna, für deine Zeit, für all deine Expertise und dein detailliertes Wissen, das sicher vielen Eltern gerade sehr weitergeholfen hat und vor allem geholfen hat, mehr Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Danke, Hanna, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung, für das schöne Gespräch. Ihr Lieben, falls ihr es noch nicht gehört habt, es gibt zwei Webinare noch für 0 Euro, die ihr gerne anschauen könnt. In den Shownotes findet ihr direkt ganz oben einmal ein Webinar für 0 Euro für gefühlsstarke und hochsensible Kinder. Da könnt ihr euch jederzeit anmelden und ein Kurzwebinar für pädagogische Fachkräfte zum Thema Bedürfnisorientierung in Gruppen. Schaut gerne mal rein und nutzt dieses Angebot für 0 Euro. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Tschüss. Tschüss. Schaut gerne mal rein